So, hallo und herzlich willkommen Leute zu The Witcher 3 Wild Hunt und wir sind unterwegs auf unserem Pferdchen der Plötze haben gerade eine Wegmarkierung gefunden und hier am Wegesrand, ihr seht schon da liegen einiges an Wurzeln, Blätter, Bären und so weiter Ok, und wir können in den Galopp verfallen Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche Radovits Reich meinst du? Timerien und Edom gibt es nicht mehr Radovit hat versprochen die alten Grenzen wieder herzustellen, so weit er den Krieg gewonnen hat Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben Das hält einen aufrecht Ah, das fühlt sich toll an Leute, also das Reitegefühl Einige Zeit später Gehen wir Hilfe! Hilfe! Oh 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 yeah Eieiei Leute, hier geht's ja ab Oh, das Ding hat Wesen mir verletzt Ist das ein Greif? Ist das ein Greif? Ja Komm raus Das sah aus wie ein Greif Ah, der Fladek Gott, das war knapp Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd Wenn du Glück gehabt hättest Dein Pferd ist sofort gestorben Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute Fressen sie bei lebendigem Leibe auf Aha Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen Bin leider gerade schlecht bei Kassel Die Nilfgaarder haben einen Besitz geschlagnahmt Und jetzt dies Hier Geht doch Zurück zur Spur Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort Sie ist verwischt Sucht ihr jemanden? Was geht dich das an? Naja, weißt du Hier in Weißgarten gibt es eine Herberge Die einzige weit und breit Da kommen viele Reisende durch Vielleicht erfahrt ihr etwas Keine schlechte Idee Zumal diese Wunde gereinigt werden muss Pah, kaum ein Kratzer Aber ein Schnaps wäre jetzt recht Schön kühl Direkt aus dem Keller Gehen wir Hm Okay Dann gehen wir mal zu unseren guten Plätzen Komm schon So Also Ein Greif so nah am Dorf Seltsam Das hab ich auch gedacht Im Wald oder in den Bergen, klar Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg Alles voller Leichen Blutgestank Verbranntes Fleisch Das kann die Monster irre machen Besiedelte Gebiete Du näherst dich einem Dorf Störe dessen Frieden nicht Denk daran Wachen tolerieren Diebstahl nicht Und sehen es auch nicht gern Wenn du andere übermäßig belästigst Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in den Siedlungen Wie Dörfern und Städten aufgestellt Diese Anschlagbretter sind auf der Karte mit Hm Markiert Wirf einen Blick auf sie Um dich über Aufträge Hexerarbeit Und lokale Ereignisse zu informieren So, na dann Gucken wir mal Traben war bloß leicht Menschen auch In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen Wir sollten ver- Was sollten wir? Warum hast du aufgehört zu reden? Alter Mann Ha, doof Hey Ist aber nicht sehr nett Was? Nimm das runter Sonst gibt's Ärger Das ist ein Waffenrock Die temerischen Lilien Die hängen da zurecht Du bist nicht mehr in Temerien, Alter Sondern in Nilfgaard Du kannst mich mal Was? Hexer? Hm Mit solchen Ungeziefer-Mutanten Trink ich nicht Muss er auch nicht Dann geh doch, Junge Geh doch Tut mir leid wegen dieser Gauna Macht nichts Das sind wir gewöhnt Die Leute sind recht nervös hier Armeen sind durchgezogen Jetzt treibt sich ein Greif hier rum Mhm Wir hatten schon das Vergnügen Ein fieses Biest Fies? Ihr Jäger habt leicht reden Der hat Lena vielleicht zugerichtet Die Arme ist halb tot Aber jammern bringt nichts Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen Und du? Darfst was zu trinken sein? Hm Was trinken wir denn Wir suchen nach einer Freifrau Zeig mir, was du zu bieten hast Ganz schön was los hier Dialoghandel Ganz schön was los hier Hier ist ja richtig was los Das ganze Land ist unterwegs Suchen nach Verwandten Oder nach Schutz vor den Armeen Essen, Trinken Und ein warmes Nachtlager Brauchen sie alle Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon Frieden wäre mir trotzdem lieber In diesen Zeiten weiß man nie Was einen am nächsten Tag erwartet Klingt schlüssig Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht Früher hätte der Dorfälteste Sofort eine Kollekte organisiert Oder den Herrn um Hilfe gebeten Wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte Aber jetzt geht er nicht mal mehr Aufs Klo ohne die Schwarzen Um Erlaubnis zu bitten Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt Also Nein Kein Vertrag Schade Wir hätten was tun können Aber nicht umsonst Na dann gucken wir nochmal Was es doch zu handeln gibt Handeln Kauf und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster Drücke Um den Kauf zu tätigen Drücke Um das Handelsfenster zu schließen Okay Was haben wir denn da? Weil ich mir ein Handwerk nützlich ist Okay Eine Gewinnkarte Finde Tausche diese Karte gegen eine Karte Auf dem Schlachtfeld aus Um sie wieder deiner Hand hinzuzufügen Aha Da werden wir uns wohl gleich mal damit auseinandersetzen Blaustreifen Blaustreifen Nördliche Königreiche Enge Bindungen Lege diese Karte neben eine Karte mit demselben Namen Um die Stärke beider Karten zu verdoppeln Drachenjäger Drachenjäger V. Kinnfried Lege diese Karte neben eine Karte mit dem Stärke der Einheit in Karte 5 4 Was haben wir hier? Volltest Der Anführer des Nordens Entfernet durch klirrende Kälte, strömt Regen Und extrem dichter Nebel hervorgerufene Wettereffekte Kostet uns 50 Was haben wir hier noch so? Redanischer Kräuterschnaps Mahakama Schnaps Zwergenschnaps Nilfgaardischer Zitronenwodka Wodka Was ist denn hier der so billigste Schnaps? Wir haben doch nicht so viel Können wir uns alles nicht leisten 168 haben wir Dafür könnten wir uns die Karten oben holen Das wäre vielleicht ganz interessant Die werden wir ja bestimmt nutzen können Wenn die schon so Regeln haben Jetzt haben wir hier noch Wasserflasche Alkohest Wird für alchemistische Zubereitungen verwendet Aronlikör, das gleiche Und Kirschlikör Wisst ihr was? Wir kaufen jetzt einfach mal die Karten hier Und Jut ist So und jetzt fragen wir einfach mal Wir haben eine Frau Schwarze Haare Pfeilchenblaue Augen Schwarz-Weiß gekleidet Kam aus Richtung Weidendorf geritten Und Es mag seltsam klingen Aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen Ich würde mich wohl erinnern Ja Es ist schwierig sie zu vergessen Aber hier sind viele Reisende von überall her Vielleicht lohnt es sich nach ihr zu fragen Na dann tun wir das doch mal Vielen Dank für alles Für alles Na mal schauen Was da so kommt Soll ich dir beim Verbinden helfen Bitte So tatterisch bin ich noch nicht Dann frage ich nach Yennefer Mhm Aber denk dran Besser keine Aufmerksamkeit erregen Also ob wir Aufmerksamkeit erregen Wir sind ja quasi Die Schwarzen vermessen die Felder Lass sie doch Solange sie nicht die Ernte verbrennen Oh drommle drommle Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf Warum ziehen sie die Linien Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben Ich suche jemanden Und wir suchen Ruhe und Frieden Geh mir aus den Augen Mutant Bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt Dialoge Axi Bei Optionen die mit dem Axi Zeichen markiert sind Setzt du das Axi Zeichen ein Das andere beeinflusst und ihn deinen Willen aufzwingt Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen Die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten Investiere in die Fähigkeit Täuschung im Charakterfenster Wir probieren es erst mal so Bist du Taubstreuner Hier redet niemand mit dir Wenn du Gesellschaft suchst Dann steckt deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung Habt ihr die gesehen? Redet Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat Wo ist sie hin? Weiß nicht Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße Sie kann überall hingeritten sein Verdammt Leute, der Mutant kabert Mieszkos Verstand Und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist Hm, das machen wir Freunde So, dann schauen wir uns mal erstmal hier in der Kneipe um Abgeschlossen Sind wir hier eingesperrt? Haha Wir können ja jetzt unsere Hexersinne hier einsetzen Gut Hier haben wir eigentlich jetzt nichts Auffälliges Nochmal Es gibt vier Farben Vier was? Farben, Gruppen, Sorten Wie Kreuz und Pik Nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten Außerdem gibt es Spezialkarten Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf Wir gucken mal Was für eine Zeitverschwendung Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt Gerald von Riva Ausgebildeter Hexe Ich suche nach einer Frau Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist Reiterin des Krieges? Was machst du hier? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten Du fließt wohl vor dem Krieg? Ganz im Gegenteil Ich bin hinter ihm her Ich will zur Front Lebensmüde Ich suche Wissen Das ist mir wichtiger als das Leben selbst Diesen Durst kann kein verstaubter Alterfoliant stillen Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen Sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen Meinem Hauptwerk Ich schreibe über den Krieg, wie er wirklich ist Interessant Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen Sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder Sie entspricht deiner Beschreibung Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück Den letzten Teil kann ich bestätigen Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen Nicht für Märchen Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit Nilfgaard steht am einen Ufer Redanien am anderen Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt Stimmt Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad Und wissen, wie wir für sie kämpfen Vor allem die Gelehrten Das Schwert ist nicht die einzige Waffe Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren Die die Stadtmauern entworfen haben Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können Na gut Ich muss los Bis dann Warte mal Hexer Du bist doch ein Mann von Welt Spielst du vielleicht Quint? Nein Hab auch keine Zeit es zu lernen Aber die Regeln sind ganz einfach Komm Wollen wir spielen? Dialoge Quint Durch Optionen die mit Minden markiert sind Wird eine Quint Party gestartet Ach kommt Leute Gucken wir uns mal an Wunderbar Also es funktioniert so Na mal schauen Willkommen bei Gwint Gwint ist ein altes Kartenspiel der Zwerge Das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt Die Spieler sind Generäle Die Karten sind ihre Streitkräfte Wir beginnen Okay Okay Starterhand Du ziehst Zuerst ziehst du 10 Karten Das ist in diesem Spiel deine Hand Du ziehst danach keine Karten Mehr Setz diese 10 also klug ein Okay Lege eine Karte ab Und dafür eine neue zu ziehen Okay Stärke der Einheitenkarten Dies ist eine Einheitenkarte Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert Wird dieser Wert Der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt Der sie ausgespielt hat Dies ist das kampffreie Symbol der Einheit Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an In der die Karte gespielt werden kann Spezialfähigkeit Manche Einheitenkarten haben Spezialfähigkeiten Die Spezialfähigkeit des ketvenischen Belagerungsexperten Heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten In der gleichen Reihe plus 1 zu Stärke Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten Sie reduzieren die Stärke aller Karten Eines bestimmten Typs aus dem Schlachtfeld Auch die die einer eigenen Karten Okay Also ihr seht es ja Frost macht Nahkampf wahrscheinlich Nebel Nebel macht Fernkampf Und Regen Kann das Regen sein Und Regen macht halt So Artillerie oder so sein Lege eine Karte ab Und ziehe dafür eine neue Neuziehen Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu zwei Karten abwerfen und neu ziehen Überspringen wir diesen Punkt für das erste und kommen direkt zum Spiel Okay Schlachtfeld Dies ist deine Seite Dies ist die Seite des Gegners Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen Jeder Kartensatz hat einen Anführer Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit Die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsehen indem du Hm drückst Ausspielen von Karten Drücke Hm Um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen Drücke noch einmal Hm Um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren Okay wir sind jetzt am Zug Ich gucke mir aber erstmal unsere Fähigkeit an Nämlich äh Volltest Du suche deine Nachziehstapel nach extrem dichtem Nebel und spiele die Karte sofort aus Okay Also wenn Der Gegner viel Fernkampf hat Können wir das ja mal Spielen Okay Was haben wir denn hier so schönes Wir spielen erstmal Okay wir haben Eine Menge schützen Also Wenn du passt kannst du in dieser Runde keine Karten mehr ausspielen Dein Gegner kann weitere Karten ausspielen bis er ebenfalls passt Du solltest passen wenn du zuversichtlich bist mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können Oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karten für die nächste Runde aufzubewahren Ende der Runde eine Runde endet wenn beide Spieler gepasst haben Dann wirkt die jeweilige Gesamtstärke ihrer Einheiten und damit der Rundensieger bestimmt Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke der Spieler wird auf 0 zurückgesetzt So unser Gegner ist am Zug Okay Was haben wir denn da Dann spielen wir nochmal den Anderen Nahkämpfer würde ich sagen Der spielt Den Wir sind am Zug So Und was heilt jetzt gegen Fernkampf Ähm Moment war das hier die Karte Extrem dichter Nebel Das können wir mal machen Dann machen wir mal den guten hier Super Und schon haben wir die Angriffskraft des Gegners auf 1 gesenkt Gutes Wetter Achso und er hat es wieder weg gemacht Tolle Wurst Ähm Wollen wir noch was spielen Leute Das ist jetzt allerdings die Frage Ja Wir machen das einfach mal wir So Ich bin auch dafür Ich werde jetzt einfach passen und diese Runde verlieren Oder Oder möchte ich das Wir können sie auch einfach gewinnen Ach komm Alles oder nix Gegner ist am Zug 15 Stärke Okay Hm Er hat noch 5 Karten Wir haben noch 6 Karten Wir können aber Moment Regenbrachte was gegen Belagerungswaffen Glaube ich Das können wir doch mal machen Da senken wir ihn noch ein bisschen ein Sehr schön So Jetzt hat er den Nebel gespielt Wir sind trotzdem noch am Zug Und wir Passen Ich passe jetzt wirklich mal So Runde ist gepasst Das heißt unser Gegner ist am Zug Er spielt noch einen Reiter Lebensedelsteine Der Rundenverlierer verliert auch einen Lebensedelstein Das Spiel ist vorbei Wenn einer der Spieler beide Lebensedelsteine verloren hat Unser Gegner hat die Runde gewonnen Gut Hat jetzt nur noch 3 Karten Und wir im Gegenzug noch 5 Okay Na dann Machen wir das doch mal ganz einfach Diese Runde Sein Gegner passt Damit haben wir schon mal die Runde gewonnen Das ist sehr sehr schön Immerhin Und damit sollten wir jetzt die nächste Runde auch noch hinkriegen Fähigkeit der nördlichen Königreicher Fraktion Das ist sehr nett Also machen wir erst mal Ja So Da da Der spielt wieder seine Kavallerie Wir spielen Ihn hier Denn er brachte ja die plus 1 Das haben wir uns gemerkt Damit sind wir schon bei Stärke 8 Ganz nett Ja Er hat keine Karten mehr Also können wir uns jetzt hier An ihn gütlich tun Und ihn mal so richtig böse verhauen So Unser Gegner passt Dann hauen wir jetzt aber raus Was hier geht Und Passen dann auch So Wir haben die Runde gewonnen Und wir haben ihn geschlagen Leute Gewonnen Profitipps Das ist keine Schande zu passen Und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen Manchmal ist es besser Die Karten für später aufzubewarnen Das haben wir ja gerade schon gemacht Jeder Kartensatz hat außerdem eigene Helden Helden sind hochwertige Karten Die gegen die Effekte von Sonderkarten immun sind Und das Schlachtenglück wenden können Finden von Karten Sammle mehr mächtige Karten Indem du bestimmte Quests abschließt Oder Karten bei Händlern erwirbst So Sehr schön Das können wir jetzt schließen Sieh an Du hast ein Händchen für dieses Spiel Wenn du mal in Ochsenfurt bist Und gegen einen echten Meister spielen willst Frag nach Stiep an Er ist ein schlichter Tavernenwirt Aber Gewinn spielt er wie keins weiter Ich denke dran Danke So Neuen Gegenstand erhalten Sultan Chiwai Was da scheinbar eine weitere Karte ist Die wir da erhalten haben Können wir uns das angucken Unser Unser Gewinn Ich suche eine Frau Wie jeder Nicht wie jeder Und nicht irgendeine Frau Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren Und ist schwarz-weiß gekleidet Zwei Schnäpse Der wird deine Stimmung heben Bin ich in der Stimmung Kommen wir zur Sache Ist umsonst Gut Ich trinke was Können wir zur Sache kommen Hast du sie gesehen oder nicht Jennifer von Wengerberg Oh Oh da hat jemand Ahnung Spannend Ihren Namen hab ich nicht gesagt Aber du hast sie perfekt beschrieben Und was ich mal gehört habe Vergesse ich nie mehr Kann nichts dafür Okay Hm Was ist dein Beruf Wer bist du? Komischer Typ Ein schäbiger Vagabund Gaunter Odim Zu deinen Diensten Vagabund Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister Und Mann des Glases Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht Mit wahrer Größe in Berührung zu kommen Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich Heißt das Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt Auf Geralt von Riva selbst Den Schlechter von Blaviken Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit Hm Okay Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir Aber ich muss fragen Geht es um die Liebe? Hm Natürlich geht es um die Liebe Das wäre quasi eine Finte Das geht dich nichts an Das ist eher der Fall Geht dich nichts an Ich finde ihn strange Ja Ich als Vagabund verdiene keine Erklärung Was weißt du? Sag's mir Bevor du kamst Wäre ich nie auf die Idee gekommen Dass das Jennifer war Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt Ein nilfgardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen Wo? Bei ihrem Lager Sie ist da reingeritten Mitten in der Nacht Schwarz-Weiß, Stachelbeeren und Ja ich weiß Sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten Und ist davon geprescht Wohin? Ich bin nicht allwissend Frag in der Garnison Danke Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten Und du bist in der Nähe Und kannst helfen Was? Wo ist er hin? War das ein Bug? Da war gerade eine Katze Habe ich das gesehen? Da wurde mir gerade Ich habe irgendwie Zweifel Dass das so gewollt ist Kann ich nochmal gegen ihn spielen? Da bist du ja Soll ich geben? Äh Ne Das machen wir jetzt nicht Das mache ich Bis dann Bis zum nächsten Mal Wir machen das dann gleich nochmal Zum Abschluss der Folge Da können die Denen das nämlich Keinen Spaß macht Einfach schon abschalten Und ich kann meine Oh Ich gehe erstmal zu Frage die Nilfgaard und auch Jennifer Sind das die beiden Die beiden die da draußen stehen? Wahrscheinlich oder? Okay Oh Ich befürchte schon Ausgetrunken Dann verpiss dich Wir wollen deinesgleichen hier nicht Oh Du riechst nach aufs Maul, oder? Naja Machen wir mal Ich habe dir nichts getan Also beruhige dich Natürlich nicht Nein Nichts getan Der Hurensohn hext hier rum Auf ihn Oh Hat wohl nichts gebracht Moment Geist mir die Eier ab Äh Oh Wo? Oh Das lief aber Ähm Verfluchtes Wild Wer schon wieder die Rinde von den Bäumen gefressen Okay Da war Plätze aber gerade Spiel speichern Spielstände werden automatisch gespeichert Wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst Denke jedoch daran Deine Fortschritte aus dem Oft genug manuell zu speichern Die Hexerwelt ist voller Raubtiere Blutgieriger Bestien Banditen Und sonstiger Gefahren Und genau deswegen spielen wir das ja Geudemar Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan D-E-R-V-A-N Nicht Geudemar Aber Warum denn? Ich weiß welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan Nilfgaardisch Meine Großmutter war aus Nazair Ach so ist das Dann eben Meister Dervan Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen Oh Ich wollte dich doch nicht erschrecken Muss ich bloß erst mal Frage die Nilfgaarder nach Yennefer Anschlagbretter Geralt weiß aus langer Erfahrung Dass man auf Reisen Umgebung im Auge behalten sollte Man weiß nie Wenn man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt Voll eine Not Kauferleute mit seltenen Waren Nester voller Monster Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole Ja gut Hör mir gut zu Du singst das nie wieder Nie wieder Du spinkst doch nicht mehr mit Shetty Aber er ist mein bester Freund Gut Leute Hier ist dein Domkopf Der uns noch alle umweht Schon von der Frieden-Gagde gehört Deinesgleichen hat dort geblieben U-Tan Ihr seht es Wir sind groß geachtet und so weiter Pferde herbeirufen können wir hier Wir gehen aber jetzt rein Denn ich werde jetzt noch einmal Gewinnspielen Also wie schon erwähnt Für die Leute Die das nicht mögen Denen das zu zeitintensiv ist Ihr könnt jetzt schon mal abschalten Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Dann stehen wir vor dem Anschlagbrett Und dann geht's weiter Und für alle die da bleiben wollen Willkommen im Kartensatzfenster Gewinnspieler verwenden ihre eigenen individuell zusammengestellten Kartensätze In diesem Fenster kannst du deine Kartensätze verwalten Nördliche Königreiche Fraktionsvorteile Sie jedes Mal eine Karte Wenn du eine Runde gewinnst Nett Okay Jeder Karte hat einen Anführer Drücken Und sehen Okay Okay Anführerkarten haben wir verschiedene Drücken Und wie man könnte Anführerkarte auswählen Jeder Anführer hat eine einzigartige Fähigkeit Setz sie ein Um das Schlachtenglück zu deinen Gunsten zu wenden Anführerkarten die du nicht besitzt Sind gesperrten Werden freigeschaltet Wenn du sie erlangst Deine Sammlung Hier sind die Karten die du besitzt Und die mit dieser Fraktion verwendet werden können Und Karten im Satz Karten die sich derzeit im Satz dieser Fraktion befinden Erscheinen hier Zusammenstellung Ein Kartensatz besteht aus Muss mindestens 22 Einheiten Karten bestehen Er kann außerdem bis zu 10 Sonderkarten erhalten Du kannst auch mehr als 22 Einheiten Karten in deinem Satz haben Verringerst damit allerdings die Wahrscheinlichkeit Deine mächtigsten Karten zu ziehen Auf bei eines vollständigen Kartensatzes 20 von 22 haben wir da Ja Seht ihr ja Auf bei eines vollständigen Kartensatzes Du musst zwei Einheiten aus deiner Sammlung In den aktuellen Kartensatz der Fraktion rechts verschieben Naja das ist ja nicht das Problem Okay Erstmal können wir schauen was das Anführerwechsel in uns bringt Du suchst deinen Nachtsichtstapel nach extrem tischem Nebel Spiel die Karte sofort aus Entferne kälte und strömende Regen Und extrem tischter Nebel Hervorgerufene Wettereffekte finde ich sehr schön Was kann der noch? Verdopple die Stärke deiner Belagerungseinheiten Oder Zerstöre die stärksten Belagerungseinheiten des Gegners Sofern deren Gesamtstärke mindestens 10 beträgt Okay Nett Wir nehmen aber den der schönes Wetter macht finde ich Außerdem Zudem kommen noch Der Soltan rüber ins Team Und der Drachenjäger Moment Hier können wir jetzt hier rüber wechseln Und dann schauen wir mal was wir hier so in der Auswahl haben Wir können hier oben Moment 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 haben wir hier verschiedene Kartensätze Wir haben Monster Da haben wir Eredin Führer der roten Reiter Na los Durchsuche deinen Nachtsichtstapel nach einer Wetterkarte Und spiele sie sofort aus Ganz nett Okay dann haben wir hier Emir war Emres Durchsuche deinen Nachtsichtstapel nach strömend Regen Und spiele die Karte sofort aus Also die haben alle ein bisschen so eine Affinität zum Wetter Die Anführung Das ist unser aktuelles Deck Und Skojatel Skojatel sind glaube ich sowas wie die Elfen Du suche den Nachtsichtstapel nach glärenden Karten Und spiele die Karte sofort aus Okay Ne das brauchen wir nicht Zwangsweise Okay Ne das sollte uns Reichen Glaube ich Okay Ja Wir starten das Spiel jetzt einfach mal Unser Gegner beginnt Das ist in Ordnung Na mach mal los Mein Guter Okay Extrem dicht Nebel So Da geben wir einen mal weg Heiler Wähle eine Karte aus deinem Ablagestapel Keine Helden oder Sonderkarte Und spiele sie sofort aus Das ist natürlich sehr sehr nett Gottverdammte Infanterie Ähm Britannischer Fußsoldat Der macht jetzt nichts besonderes Den tun wir nochmal weg Okay Runden beginnen Unser Gegner ist am Zug Na schauen wir mal Was hat er den Zaubert So Soll man ihn mal einfach machen lassen Würde ich sagen Wir haben ja dann Hm Was war denn Das ist Nebel Das ist glunde Kälte Würde ich sagen Machen wir das Doch einfach So Genau Da haben wir nämlich jetzt Fünf Punkte gegen seine vier Und er kann sich ein bisschen Verausgaben Und ich Bringe einfach mal Wie machen wir das Ja Machen wir einfach so Feuerskorpion Iiii Das ist ja gemein Hm Naja Und was haben wir Gelernt Was dagegen hilft War das nicht Ach ne Regen bräuchten wir da Hm Das haben wir jetzt Natürlich nicht Er hat elf Wir machen das einfach so Ui Und schon Hat sich die Stärke Der Partnereinheiten erhöht Okay Er hat jetzt nur noch Fünf Karten Hm Wie machen wir das denn jetzt Hätte ich mal Bock Zu ihm jetzt noch Ein Wetter zu drücken Ein Wetter schön Das wäre doch was Gar Feines Ähm Ach ne Wir passen einfach Wir passen einfach so Ich muss ja keine Karten Verschwenden Ja der Gegner hat die Runde Gewonnen Das war ja absehbar So Unsere Gegner Kannst du los machen Junge Kannst du ganz groß rauskommen Wenn der Gegner passt Das ist sehr schön Damit haben wir Die Runde schon mal gewonnen So Wir sind am Zug Na dann spielen wir erst mal unseren Guten Das ist auch sehr schön Das ist auch sehr schön Und unseren Heiler können wir jetzt spielen Und damit spielen wir dann natürlich unsere Ballista Was können wir denn da spielen Was war denn Wo Was war denn für den Nahkampf wichtig Äh Ja Nahkampfeinheiten Können wir ja mal Schockfrosten Heißt da welche Komm Von ihm noch Okay Ich glaube da wird nicht mehr von ihm kommen Er hat noch eine Karte Mal schauen Ja super Er hat noch mal klirrende Kälte Gut Äh Dann passen wir jetzt einfach Er hat keine Karten Wir haben gewonnen Und wir haben unser zweites Quitschspiel gewonnen Sehr Sehr Schön Interessante Runde Sag Bescheid Wenn du noch eine willst Hat jetzt aber nicht unbedingt Irgendeinen Effekt Finde ich etwas schade Also ich habe jetzt nichts gesehen Dass wir dafür eine Belohnung bekommen hätten Das ist sehr schade wie gesagt Aber da müssen wir halt durch Und wir laufen zum Anschlagbrett Und verabschieden uns für den Teil Ich sage daher erst einmal Bis Denn da